Was ist die Gemeinde? Mit welcher Gemeinde? Keine Ahnung. Was ist die Gemeinde? Und selbstverständlich der Wein mit einem guten Raclette. Was ist die Gemeinde? Jean-Berferre ist sehr gut organisiert. Ich gehe davon aus und erwarte auch von ihm, dass er das Parlament speditiv mit seiner humorvollen Art und mit seinen guten Ideen und auch mit seinen innovativen Projekten vorwärtsbringt, damit wir dann im Jahr 2015 gerüstet sind, um unser Jubiläum zu feiern. Was ist die Gemeinde? Was ist die Gemeinde? Die Kommune de Bagne sind natürlich die Kommune de Voleiges, die Kommune d'Orsières, die Kommune de Ryd, und das ist ungefähr alles. Manifestement mit der Kommune d'Orsières, weil ich ein Quart von 100 Horserins in meine Veine habe, kann ich sagen, dass es die Fusion zwischen der Kommune d'Orsières und der Kommune de Bagne ist. Was ist der Bicentenaire des Valleys? Der Bicentenaire des Valleys ist natürlich der Bicentenaire des Valleys in der Confederation. Vielleicht sollte man das aber, aber es wäre es, dass die Gruppen der Kommune bedienen, dass es die Valleys komplett verabschieden. Was ist der Bicentenaire des Valleys? Jean, Albert et Ferret. Vielen Dank. Vielen Dank.